Tanz, 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 Gartinchen, Tanz, 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 Gartinchen, tanzen, das ist schön, wenn wir im Kreis uns drehen. Die Trommel schlägt der Heiner, die Flöte bläst der Pit und alle Kinder tanzen die Polka fröhlich mit. So, jeder Junge sucht sich jetzt ein schönes Männchen und wir tanzen alle ganz klopp in eine Richtung. Hopp, 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 hopp. Tanz, 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 Gardinchen, Tanz, 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 Gardinchen, tanzen, das ist schön, wenn wir im Kreis uns drehen. Die Trommel schlägt der Heiner, die Flöte bläst der Pit und alle Kinder tanzen den Walzer fröhlich mit. So, Damen und Herren, Kinder, das ist ein Dreiviertel-Takt und eins, zwei, drei, eins, zwei, drei und links herum und eins, zwei, eins, zwei, drei und rechts herum. Tanz, 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 Gardinchen, Tanz, 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 Gardinchen, tanzen, das ist schön, wenn wir im Kreis uns drehen. Die Trommel schlägt der Heiner, die Flöte bläst der Pit und alle Kinder tanzen den Marsch jetzt fröhlich mit. So, wir marschieren jetzt, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, und werfen die Arme weit weg vom Körper. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, bum, 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 bum. So, alle Kinder schütteln sich aus. Jetzt nehmen alle Kinder die Arme hoch und lassen den Körper nach vorn fallen und dabei ausatmen. Peter, jetzt sind wir mal Tanzmeister und du tanzt. Was denn, tanzen? Ich? Ja. Seid ihr ein Spielverderber. Schleich mal wie eine Katze. Hopf mal, Peter. Tanz mal, Peter. Ja.